Wie habt ihr was dagegen, wenn ich mal meine Unterhose ausziehe? Ich möchte ein bisschen am Geschlechtsteil rumspielen und da stört mich die Hose. Habt ihr was dagegen? Es riecht zwar ein bisschen streng, aber das stört euch doch bestimmt nicht, oder? Ach, die Gummieinlage stört auch. So. Ja, natürlich alle. Nein, ich halte es nicht in die Kamera. Wir wollen es sehen. Ja, Paule macht Striptease. Oh, jetzt kommt aber hier ein. Eine Wolke hoch. Gut, dass es noch kein Duftfernsehen gibt. Kaum zum Aushalten. Wedel, wedel, wedel. Sogar die Kamera wird unscharf. Selbst die Kamera verkriecht sich. Tut sofort beschlagen, der Monitor beschlägt. Hilfe! 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 See you next!